Nö, hier ist nix. Ja, hier ist allgemein überhaupt nix, okay. Wow! Das hab ich jetzt nicht gesehen. Mh, ja, dann muss ich wieder hoch. Na gut. Äh, ja. Super. Das heißt, ich darf hier wieder ein bisschen klettern. Klettern, klettern. Los, kletter. Ja, das war jetzt nicht meine Absicht, aber egal. Gut, dann. Ja, super. Jetzt sind wir hier. Wow, ein Loch. Ein Loch. Und ne Seite, geil. Noch eine Seite haben wir gefunden. Was ist das denn dann da unten? Na egal, ich glaub, wir brauchen wieder Seelenteilung. Ja, brauchen wir. Okay. Tja, dann mach ich das doch direkt mal. Einer darf den Hebel betätigen. Ups. So, du darfst den betätigen, genau. Und ich nehm mal an, der andere muss hier... Oh, doch nicht. Okay. Dann gehen wir mal mit dem hier lang. Ach, jetzt bin ich wieder das Original. Shit. Dann muss man das doch so machen, wie ich gedacht hab. Oder besser gesagt, wie ich nicht gedacht hab. Nämlich. So, rennen, 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 rennen. Ich muss da unten bleiben. Genau. So, einer darf nämlich jetzt hier hin. So, und der andere... ...ist hier und darf jetzt da rüber. Fragt sich bloß, wohin. Wow. Das ist schon mal die falsche Richtung. Klasse, wirklich. Echt super. Ich hab keine Ahnung mehr. Äh, also muss ich doch hoch. Seltsam. Damit hab ich nicht gerechnet. Vor allem, was soll ich dann da oben noch machen? Irgendwie ist hier doch nix. Da ist bloß wieder so ein Loch. Und... Ja, hier ist echt nix. Hä? Dadurch komm ich nicht. Sag mal, ich hab's heute aber nicht so mit dem Rätseln, hab ich das Gefühl. Weiter hoch geht's auch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Hab ich heute irgendwie ein Rätselproblem? Gehen wir nochmal hier rein. Ja, wow. Jetzt dreht sich's wieder. Wow, super, echt. Genial. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht drehen soll. Also, wahrscheinlich... Nein. Oder doch? Guck mal mal. Mir ist was eingefallen, was eventuell gehen könnte, aber... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Und zwar... Vielleicht muss ich einfach auf der Brücke bleiben. Das ist die einzige Option, die ich noch nicht durchdacht hab. Aber nur vielleicht. Ich bin mir nicht so sicher, ob das geht. Aber es wäre halt die einzige Möglichkeit, dass dann einer noch auf der Brücke bleibt. Und ein anderer halt da hoch kann. So. Genau. So, jetzt kriegst du hier... Ja. So. Jetzt wird nämlich gedreht. Und... So, jetzt kann er nämlich hier lang. Und mit ein bisschen Glück. Auch lange genug. Ja, wow. Cool. Der kann auch Items nehmen. Das ist echt nicht schlecht. Oh. Nehmen wir mal. Aber... Irgendwo muss jetzt hier was sein. Das ist schon mal falsch. Hm. Hm, hm, hm. Ja, um Schnelligkeit geht's hier nicht. Das heißt, das schaffe ich nicht, wenn ich jetzt hier bin. Ja, das schaffe ich nicht. Okay. Wirklich klasse. Das ist das Ziel, was ich immer erreichen... Halt mal. Darüber. Wie komme ich da hin? Da ist sowas. Kann es sein, dass das doch richtig war? Probieren wir es noch einmal aus. Mir ist jetzt was aufgefallen. Aber ich habe keine Ahnung, ob das... Dazu gehört oder jetzt nicht, wenn er wieder ein eigenes Rätsel ist. Ja, ja. Also manchmal macht es mir da, ich sei das zwei schon schwer mit einem Rätseln. Das fand ich beim ersten einfacher. Aber ich war noch nie der Rätseltyp. Das wird schlimm, wenn ich erstmal... Ey, Noa zocke, ey. Oh Gott. So, jetzt ihn hier lang. So, und du darfst jetzt nämlich hier hochgehen. Und ich hoffe mal, dem wird jetzt nicht hier wieder schwummrig. So. Und was machen wir jetzt hier? Gut. Oh, das ist einfach nur wegen der Truhe gewesen. Klasse. Oh, das war mein Ziel. Ich dachte, ich komme da jetzt irgendwie da hinten hin. Herrlich, ey. Wirklich genial. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Super. Echt gut, ey. Hier muss es doch irgendwo was geben, wo ich hin kann. Meine Güte. Ich finde echt wieder keine Möglichkeit. Das kann nur wahr sein. Also echt seltsame Sache, ey. So, jetzt rennen wir da nochmal hoch. Und... Irgendwas muss ich also hier machen. Aber was? Hier rüber komme ich nicht. Da ist eine Tür. Da komme ich durch. Aber ich... komme da nicht hin. Und zwar überhaupt nicht. Mit keiner Chance. Nee. Ja, das bringt mir nichts, wenn ich hier runterspringe. Auch wenn es scheinbar beabsichtigt ist. Hm. Komisch. Echt seltsam. Das ist richtig nervig, so was. Ja, los. Raste wieder aus hier. Ich würde sagen, ich probiere das jetzt trotzdem mal aus. Wenn ich jetzt hier das machen sollte. Bin ich sauer. Ja. Okay. Meinetwegen. Ja. Freu dich. Ich bin schon fertig jetzt. Ich sag zwar eins, Orientierungswahnsinn extrem, aber... Naja. Naja. Also echt, ey. Laterne, komm her. So. Wo war denn jetzt der Ort, wo man die Laterne hatte? Keine Ahnung. Oh Gott. Ach du Schande. Ja, hier nicht. Wo war denn das? War das hier? Nö. Hä? Ach, die Kree sagt, da lang soll ich? Ne, sagt sie nicht. Das ist... Höh. Was soll dat denn? Aua. So. Weg hier. Da ist ja noch einer. Freu dich deines Lebens, mein lieber Gastgeber hier. Ich check's immer noch nicht. Warte hier. Hä? Hä? Was ist das denn jetzt hier? Das wird das sexy Geräusch hier. Neeein. Oh. So. Ja Leute, da bin ich auch schon wieder. Allerdings mit einem, naja, kleinem Problem kann man es jetzt nicht nennen. Aber sehr groß wird es jetzt auch nicht sein. Wir haben zumindest von der Story her noch nicht viel durchgezockt. Und das Problem. Ja, zum einen mal mein Aufnahmeprogramm, also DxTory, hat total rumgespackt und hat die Dateien, die es aufgenommen hat, direkt wieder gelöscht. Und ich konnte die weder aus meinem Papierkorb noch sonst wo retten. Die waren einfach direkt wieder weg. Und zum anderen, ich habe auch sowieso vergessen, mein Mikrofon anzuschalten, was zur Folge hatte, dass jetzt praktisch auch die Aufnahme so oder so praktisch ohne Ton da wäre. Das wäre an sich kein Problem gewesen. Da hätte ich einfach nachsynchronisiert. Wäre zwar ein bisschen umständlich, hätte ich aber gemacht. Ja, dann erkläre ich mal kurz, was wir gemacht haben bis hierher. Ja, wir sind bei der Laterne. Die haben wir dann zurückgebracht, sind im Gang zurückgegangen. Ja, dann sind wir dann in den Raum gekommen, wo so brennende Zweige und Steine waren. Und das Ganze war wie so ein Aufzug. Da sind wir dann an der Wand hochgeklettert. Und es war halt ein riesiger Schacht, wo wir nach oben klettern sollten und der Aufzug hat uns dann verfolgt. Einmal haben wir versagt dabei. Beim zweiten haben wir es dann geschafft. Und danach gab es dann halt so eine Stelle, wo es halt ein paar Kämpfe gab. Und das hat mich auch ziemlich herausgefordert, muss ich zugeben. Da haben wir ein paar geile Sachen gefunden gehabt, aber dann bin ich gestorben. Und dann waren diese geilen Sachen leider weg. Wir haben da so ein Amulett gehabt. Boah, war das krank. Naja. Und danach kam es halt dann nochmal zu so richtig fetten Klotzen. Da kamen drei so richtig dicke Gegner. Aber die habe ich auch platt bekommen. Und danach sind wir jetzt in diesen Raum, wo wir jetzt gerade sind, reingekommen. Und ja, nee, nee, wir sind nicht da reingekommen, sondern wir sind praktisch in dem, das Teil da, das man da jetzt sieht hier, das haben wir praktisch in dem Raum, wo wir waren, jetzt nach unten transportiert. Und haben jetzt praktisch den Endgegnerraum geöffnet. Unterwegs haben wir übrigens dann noch so zwei Seiten des Wust der Toten gefunden. Ja, aber ich denke, ich mache jetzt auch direkt wieder Schluss hier mit der Aufnahme, um mal zu gucken, ob das jetzt aufgenommen wurde oder nicht. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Und wenn doch, dann sage ich einfach mal, bis gleich. So, und es hat geklappt. Da freue ich mich. Ja, ich kann dir noch mal kurz hier ein bisschen was zeigen. Äh, das war das Teil, was wir jetzt von da ganz oben runtergebracht haben. Und das öffnet hier den Hauptgang zum Boss von diesem Level, nehme ich an. Aber ich weiß es nicht. Ich denke es einfach. Und da es jetzt sowieso mittlerweile ein paar Abstürze gab, hoffe ich einfach mal, dass die jetzt auch nicht mehr so extrem auftreten. Wenn doch, habe ich Pech gehabt. Ansonsten freue ich mich auf eine Runde Darksiders 2. Jetzt endlich mal ohne Unterbrechungen. Hoffe ich zumindest. Wäre natürlich möglich, dass wir da aufgrund meines netten DLCs, dass vom Belial, da irgendwas komplett schief läuft. Und das ist ja dumm, weil Steam kann man ja DLCs leider nicht deinstallieren. Oder zumindest wüsste ich nicht wie. Und, okay. Stimmt eigentlich, Heiltränke wären schon schlauer gewesen jetzt in dem Fall. Viel schlauer. Heiltränke wären jetzt eigentlich wesentlich wichtiger. Speichern wir mal und gehen hier rein. Ja, da ist schon der Platz für den Endgegner. Und so wie es aussieht, scheint das entweder der Drache zu sein oder... Oh mein Gott. Was ist das? Was zur Hölle ist das für ein Viech? Der klagende Gastgeber. Das ist ein Gastgeber? Die Gastgeber waren doch normale Billigskelette. Ach du Kacke. Au. Der Kerl hat mich ja jetzt instant kaputt geklatscht hier. Ups. Ich sollte aber definitiv mal hier meine Fähigkeiten ein bisschen anders machen. Mh. Aua. 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 Ach Gott. Ach du Schande. So. Wie zur Hölle soll ich denn den platt machen? Wow. Da komm ich ja nie hin, ey. Ach du guter Gott. Ah. Wie krieg ich den kaputt, ey? So. Ja, da reinklatschen kann ich ja nicht. Au. So. Weg da, weg da, weg da. Hui. Wow. Happy Birthday. Der Kerl hat's drauf, ey. Naja, gut. Ich glaub nicht, dass das einfach wird. Aua. Shit. Hui. Au. Huuu. Ja gut. Bisschen getroffen haben wir, naja. So. Gut. Dann machen wir mal so. Verdammt. Der Kerl hat's schon wieder geschafft hier. So ein Drecksviech. Was zur Hölle macht er denn jetzt? Höh? Ja? Wo ist er denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo Skelettviecher. Ah, da kann ich meinen Zorn wieder aufladen. Das ist gut. Na, Hauptsache ich geh drauf dabei. Ja, ja, klar. Ja, natürlich. So, weiter, weiter. Oh. Ah. Lass mich in Ruhe. So, aua. Ja, los. Ein bisschen Lebensregeneration kann mir nicht schaden. So. Genau. So draufkloppen. Wo ist der Kerl? Ah, da kommt er gleich wieder. Nicht gut. Gar nicht gut. Ganz ehrlich. Ach, du Schande, ey. Das wird ein richtig mieser Endgegner. Ja.